Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 11. Januar. Gut, wir starten am heutigen Dienstag zunächst einmal mit dem S&P 500. Der S&P 500 ist am Vortag zunächst deutlich unter Druck gekommen und dann im Tagestief bis 4582 Punkte gefallen. In der Folge konnten wir uns dann wieder kräftig erholen im S&P 500 und mit einer sehr bullischen Tageskerze, mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gehen dazu, direkt am 50er EMA und könnten nun nach dieser bullischen Vortageskerze vor einem erneuten Anstieg stehen. Das ist ein ähnliches Szenario wie bereits in den Vorwochen, dass wir hier etwas unter den 50er EMA abgetaucht sind und dann in der Folge wieder ansteigen konnten und die übergeordnete Aufwärtsbewegung im S&P 500 weiter fortsetzen konnten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann auf der Oberseite der 10er EMA, aktuell bei 4716 Punkten. Gut, wir machen dann weiter mit dem DAX hier im Tagesschart vorliegend. Wir sind am Vortag im DAX zunächst angestiegen, konnten im Tageshoch dann 16.015 Punkte erreichen. Und haben damit die runde Marke von 16.000 Punkten zunächst überschritten, danach ging es aber wieder abwärts. Wir haben dann auch den 10er EMA wieder nach unten unterschritten, aktuell bei 15.918 Punkten und haben dann eine weitere Abwärtskorrektur durchgeführt. Direkt zum 50er EMA im Tagestief lagen wir bei 15.724 Punkten am Vortag. Zudem sind wir dann mit einer sehr langen bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen bei 15.768 Punkten. Mit der gerade gezeigten Erholung dann im US-Markt konnte sich auch der DAX dann nachbürstlich erholen. Und vorbürstlich notieren wir am heutigen Dienstagmorgen im Bereich von 15.870 Punkten. Wir dürften also heute mit einem Gap-Up eröffnen, höchstwahrscheinlich nach dem regulären Börsenbeginn um 9 Uhr. Wir befinden uns damit aber immer noch unter dem 10er EMA bei 15.918 Punkten. Können wir diesen nach oben überwinden, dann wäre erneut ein Hochlauf zunächst bis 16.000 Punkte zu erwarten. Der 10er EMA ist nun wieder die wichtige Marke für den weiteren Verlauf. Können wir nachhaltig über den 10er EMA ansteigen, dann wäre mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen. Dann würde auch ein Stärkesignal generiert werden. Und können wir nur etwas über den 10er EMA ansteigen und tauchen dann wieder von oben nach unten unter den 10er EMA ab. Dann wäre dies ein Schwächesignal und mit einem erneuten Rücklauf hier zum 50er EMA und zur Unterstützung im Bereich von 15.720 Punkten zu rechnen. Gut, und dann kommen wir zu den Markierungslinien für den heutigen Dienstag. Da liegt der Short-Bereich nun direkt etwas über dem 10er EMA zwischen 15.920 und 15.970 Punkten. Da muss man aber abwarten, wie sich der DAX zu einem weiteren Handelsverlauf verhält. Vorwürstlich notieren wir, wie gesagt, im Bereich von 15.870 Punkten. Und wichtig wäre dabei, dass dann die Aufwärtsdynamik hier im Bereich des 10er EMAs wieder abnimmt im Tageshandel. Und wir hier nicht an weiterer Aufwärtsdynamik gewinnen. Sollten wir nachhaltig über den 10er EMA ansteigen, dann wäre dies natürlich ein Stärkesignal. Und dann mit einem weiteren Hochlauf Richtung 16.000 Punkte und danach Richtung 16.200 Punkte zum Widerstand zu rechnen. Können wir nur etwas über den 10er EMA ansteigen, dann würden sich hier also Short-Positionen anbieten. Bei nachlassender Aufwärtsdynamik, das muss man dann im Tageshandel beobachten. Und bei einem erneuten Kursrutsch unter den 10er EMA würde sich dann ein Short-Signal ergeben. Der Long-Bereich befindet sich für den heutigen Dienstag deutlich tiefer. Hier an der Unterstützung im Bereich von 15.450 bis 15.500 Punkte. Gut und damit wären wir dann jetzt mal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.